Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Art Atmosphäre. Heute male ich ein Bauernfrühstück. Ihr könnt auch gerne mit mir zusammen malen. Heute benutze ich Pastellkreide und beschichtetes Papier. Dieses Papier benutze ich zum ersten Mal. Ich wollte es ausprobieren. Das Gemüse liegt auf einem Holzbrett. Dies fange ich an mit mittelbrauner Kreide zu malen. Als nächstes benutze ich warme Brauntonen. Die Holzoptik verdeutliche ich mit mittelbraunen und dunkelbraunen Farben. Schatten von den Tomaten und den Brötchen male ich mit dunkelbraunem Ton. Die Kreide soll noch leicht aufgetragen sein, damit das Holz im Schatten durchleuchtet. Der Hintergrund ist fertig. Jetzt fange ich an mit der ersten Schicht der Brötchen, Tomaten und Zwiebeln. Für die Schatten der Tomaten nutze ich rot und blau. Für das Licht hellere Farben, hellrot und orange. Die Schatten auf dem Lauchzwiebel male ich mit dunkelgrün und das Licht mit den verschiedenen hellgrün Tonen. Das Lauchzwiebel hat eine Beschichtung. Die male ich mit hellen grün bläulichen Ton. Die grünen Teile vom Lauchzwiebel sind fertig. Weiter geht es mit den Tomaten. Auf dieses Papier lassen sich mehrere Schichten von Kreide auftragen und untere Schichten leuchten durch. Das gefällt mir. Ich verdeutliche die Schatten und das Licht auf den Tomaten. Die Tomaten sind soweit fertig. Weiter korrigiere ich die Schatten vom Brötchen auf dem Brett und fange an, es mit verschiedenen Brauntönen zu verdeutlichen. Das Mehl wird mit hellbraun und weiß gezeichnet. Danach male ich die Stängel auf die Tomaten. Jetzt mache ich das Lauchzwiebel fertig. Im Vordergrund des Bildes fehlt meiner Meinung nach noch etwas. Deshalb habe ich eine Prise Salz hinzugefügt. Mein Stillleben ist fertig. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und vielleicht auch mit mir zusammen dieses Bild gezeichnet hast. Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht und du hast auch etwas Neues gelernt. Wir sehen uns in einer Woche wie immer am Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dann! Jahrhundert momen régi runter